Moin ihr Lieben und Herzlich Willkommen bei meiner intergalaktischen Reise hier in The Planet Crafter. Ja, ähm, heute steht erstens auf dem Plan eine Uranrakete. Dafür brauchen wir nochmal ein Triebwerk und für dieses Triebwerk braucht man ein oder zwei Aloys. Triebwerk, ein Iridiumstab und eine Loy. Okay, Aloys selber haben wir nicht mehr, heißt wir müssen uns was basteln. Ja, die sind ja schnell und easy gemacht, ne? Dann können wir gleich Zutaten für ein Läume nehmen und fünf Stück hiervon. Hier Iridium, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier auch noch welche drinne? Ne. Habe ich das schon wieder rausgeräumt? Hatte ich letztes Mal noch einen Iridiumstab gemacht? Ach, die zwei Uran. Ja, die hätte ich auch schon mal mitnehmen können. Dann hätten wir das Thema schon erledigt. Äh, da. So, da muss ich mal gucken, was brauche ich dafür noch? Schubi-dubi-dub, schubi-dubi-dub. So, Uran war diese da, ne? Zwei Superloys, drei Kobalt. Scheiße, muss ich nochmal drei Kobalt nehmen. Also, erstmal machen wir jetzt hier, zack. Eins, acht, zwei. Dann schnappst du dir nochmal drei Kobalt, vier. Eins, zwei, drei, vier. Machst noch eine Superlegierung fertig. Ach, ja, da ist alle was. Schub, 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 schub. Superlegierung. Und die drei Kobaltz, ne? Ach, dann können wir die Rakete hier mal hochjagen, hier wohl. Jo, jo, jo. So. Nein, zwei. Verdammt. Ach, blödes Kurzzeitgedächtnis. Gut, dass das so einfach geht, wie ich gerade schon mal erwähnte. Und gut, dass ich noch Alu da habe. Aber nicht mehr viel. Das heißt, wir werden heute mal ein bisschen Alu farmen müssen. Äh, falscher Gang. Hier. Äh, so. So. Und... Noch einen davon. Äh, falsche Taste. Und da ist die Nacht auch schon wieder rum. Zack. So, jetzt aber wohl. So, und tschüss, bring reichlich Uran mit, mein Freund. Ach, gerade wieder hell. Ich wollte die Raketen noch mal im Dunkeln abschicken. Naja. So. Und dann würde ich sagen, was wollen wir denn noch haben. Ich hätte gerne noch mal einen Baum-Samen-Streuer. Ja. Äh, eine super Legierung. Oh, woher war der erste Mal. Oh, woher war der erste Mal. Huh, 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 huh. So, was habe ich jetzt gesagt? D-Star für die Probe. Zack, zack, zack. Ähm. Äh, wir müssen hier noch mal DNA extrahieren. Ne, Quatsch. Ich habe ja noch ein paar Baum-Samen gehabt. Hier. Diese da. So, Leos. Dann eine Rinde. Dann war das noch ein Dünger. Und Plastik. Da ist Plastik. Dünger hatte ich auch noch. Und ein super Legierungsteil. Mal wieder. So, und dann ist das letzte Alu auch schon verschwunden. Können wir schon mal suchen gehen. So, und Kobalt, zack. Und dann können wir den Baum-Samen-Streuer bauen. Gut. Hm, Blatt essen. Nicht zu vergessen, was zu essen. Äh, ja. Den können wir bauen. So, jetzt gehen wir erst mal Siliz. Ach, Uran suchen. Irgendwo hier bei mir muss das ja runtergekommen sein. Kommen die eigentlich immer an der gleichen Stelle runter? Da. Einmal. Uran und dann ist Alu dran, ne? Hier ist der Referenzstein quasi. Er hat ein paar Steinchen. Hier unten könnte auch noch was dabei liegen. Gucken wir gleich. Erstmal wollte ich hier nochmal runtergucken. Da sehe ich was. Okay. Hm. Das ist echt immer schwer, was zu finden hier, ne? Da. Ah, da kommst du wieder nicht bei, doch. Ne? Das ist immer fies, wenn du nicht drankommst, ne? Das ist irgendwie doch doof. Wenn ich mir so eine Rakete hochschicke, muss ich ja schon irgendwie drankommen. Sonst ist blöd. Hier scheint nix gelandet zu sein. Da ist noch so ein fetter Sporthaufen. Hier sieht's gut aus. Hier kriegen wir, glaube ich, ordentlich was zu sagen. Schon wieder so eine Scheiße. Ach, das ist ja Mist. Man kann's doch nix einsammeln hier, wenn das überall da liegt, wo man... Ich verstehe gar nicht, dass man sich hier nicht bücken kann. Warte mal, das kann doch nicht sein. Einstellungssteuerung. Kann ich mich nicht bücken? Kann mich echt nicht bücken, ne? Warum kann man sich hier nicht bücken? Was ist das für ein Blödsinn? Ehrlich. Ha. Aktion LMB. Was für eine Aktion denn? Hm. Befreien kann man sich. Licht einschalten. Zugangsschlüssel. Zugangsschlüssel? Hä? Aber es kann doch nicht sein, dass man sich nicht bücken kann. Das ist doch Mist. Ich muss ja irgendwie an solche Elemente da dran kommen, die da hinten festhängen. Ja, hier. Vielleicht so. Aber hier, der eine da gerade. Ne? Sichtlich. Offensichtlich. Da, der da. Na, komme ich von hier vielleicht dran? Ja. Aber der andere nicht. Hier. Und wenn ich mich jetzt hier ducken könnte, dann käme ich da auch bei. Aber, da ich mich nicht ducken kann, komme ich da auch nicht bei. Ah, hier ist noch einer. Hier noch irgendwas zu sehen. Hm. Das ist noch lange nicht genug, ne? Hier sind noch mal welche runtergekommen. So, hier. Ah, guck mal hier. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt sieht es doch schon fein aus hier. Du, Sauerstoff. Sauerstoff. Obwohl, hä? Ist doch alles dabei. Bleiben Sie doch mal ruhig. Keine Panik. Lieber hier suchen. Viel viel wichtiger. Mir brauche Uran. Hm. Sind aber immer nicht viele, ne? Hm. Hier hinten sah es auch noch mal so aus, als wäre hier was gecrasht. Gucken wir mal hier auch noch mal alles schön ab. Ich weiß nicht. Ich finde mal, hier. Da sind noch mal zwei. So. Ah, guck mal. Es füllt sich. Aber. Ah, schön. Schön, wenn die Steine verschwinden. Hä, 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 hä. Da war jetzt aber eher Glück. Hm. Wo ist denn wohl noch was gelandet? Da hinten vielleicht noch. Da sehe ich noch was leuchten. Ja. Okay. Dann gucken wir noch mal im Wasser rum. Hier noch irgendwer drin liegt. Hm, ne. Wasser technisch hat er nicht erwischt. Aber hier vielleicht noch. Ja, guck. Zack. Zack. Uran, Uran. Uran, Uran, Uran. Hm. Hier, guck mal. Fein. Naja, aber nicht die Bäume kaputt machen hier, ne. Das geht ja nicht. Ah, schön hier mit den Bäumen. Schöner Dschungel mittlerweile. Hm, da noch. Ach, guck mal. Ja. Aber ja, doch mehr. Am Anfang rege ich mir mal auf, weil ich meine es zu wenig, ne. So. Aber dann guckst du mal richtig rum hier. Da hast du doch genug. Aber trotzdem ärgert mich immer noch, dass man diese Einschlag-Dinger immer so schwierig nur findet, ne. Oder vielleicht auch viel übersieht jetzt, weil man die gar nicht weiß, wo die noch gelandet sein könnten. Die Bäume sind echt harte Hindernisse, ne. So, komm, das sortier erst mal ein. Quatsch, hier. Ist das Uran? Ne. Hier war doch, ne. Da ist die Zim. Dann ist das hier mein Uran. Genau. So, dann den Baumsamen-Steuer. Kurz aufgestellt. Gehen in die Richtung. Hm. Hier haben wir einen stehen, ne. Das sieht auch schon schön aus, ja jetzt. Hm. Da hinten haben wir schon einen hin gebaut. Dann würde ich noch mal einen nehmen und mich in dieser Richtung weiter ausbreiten. Das sieht auch gut aus, hier, ne. Schöner, kleiner Wald. So, dann würde ich den hier irgendwo hin bauen wollen. So. Ja, ich will schon, dass die sich ein bisschen kreuzen, ne. Guck mal. Gute Sache, das. So, das haben wir. Dann sind wir leer. Genau. Bis auf das ein Miridium. Wo immer ich das jetzt her habe. Wahrscheinlich habe ich wieder ein zu viel gezählt. Gucken wir doch hier nochmal nach Alu. Ah, vielleicht müsste ich auch einmal den Extraktor leer räumen. Einfach nur so, dass er wieder ein neues Alu farmen kann. Ja, guck mal hier. Da ist ja gar nichts an Alu. Und der nächste ist hier. Gucken wir mal, der noch schon so für sich bringt. Ja, guck mal, ein bisschen Alu dabei. Ah, der macht das gegen das. Aber ja. Erstmal geleert, ne. Ja. Ja, da muss ich mal gucken, was ich mit dem Eisen alle mache. Weil Eisen ist relativ voll. Muss ich gucken, hier ist aber auch kein Platz mehr, weil hier auch schon Eisen drin steckt. Ein Eisen ist noch da. Äh, Alu. Äh, viele sind nicht, ne. Viele sind nicht. Ja, Mann. So. Kobalt. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Ja, Kobalt kommt auch immer gut raus, ne. Und schon wieder falsch ergangen. Titan. Ähm. Den muss ich noch in den Baum. Und. Ach, Mann, oh. So, trinken ist voll. Dann nochmal eben in den Baumsammler packen. Ach, junge, 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 junge. Dann möchte ich mal einmal nach meinem links gucken. nach meinem Osmium-Extraktor. Hm. Gucken, ob der schon mal abgeworfen hat. Vielleicht. Man weiß es nicht. Zack. Zack. So. Jetzt kannst du auch Ressourcen sammeln. Oh, Algen sammeln müssten wir auch nochmal wieder. Aber jetzt gucken wir erst mal. Sag mal, in der Uranhöhle, ne. Spoilt da eigentlich, ach, spawnt da eigentlich irgendwas nach? Oder einmal leergeräumt, dann leer? Oder kann ich da auch so ein Zweier-Geo-Extraktor reinjagen und jetzt kommt dann Uran da raus? Das ist mal echt eine interessante Frage. Vielleicht könnten wir einfach mal nochmal einen zweiten Extraktor aufbauen, sondern 2H und in die Uranhöhle gehen. Das wäre mal eine Maßnahme. Wo war denn jetzt die bescheuerte Höhle? Hier. Ach, da hängt er schon falsch, ey. Guck, da ist er. Hä? Echt, war das nur so ein kleines Ding? Irgendwie hatte ich den größten Erinnern. Oh, guck mal hier, schön. Schön Osmium, ne? Ach, so sortiert man hier also. Und was kann man noch? Ne. Ah. Ja, das wusste ich auch noch nicht. So. Dann könnte man hier nochmal... Ja, aber das Iridium ist auch nachgespawnt. Weil das habe ich ja gestern alles abgefahren. Oder ne, das war glaube ich noch über. Und ich hatte keinen Platz mehr. Jetzt gehen wir nochmal eben hier hinten durch das Magnesiumgebiet. Nachdem wir ein bisschen Luft geschnappt haben und das Zeolit hier mitgenommen haben. Ähm, und dann würde ich mal gucken. Hier ist auch noch Zeugs, ey. Und dann würde ich einfach mal gucken, ob ich hier nochmal ein bisschen Aluminium finde. Vielleicht hat er ja Glück. Weil Alu ist gerade echt Mangelware, ne? Aber es war auch seit dem letzten Suchen glaube ich noch kein neuer Asteroidenschauer, der uns hier hätte Alu bescheren können. So, hast du schon was drinne? Na, nehme ich gleich mit. Einer ist besser als keiner. So. Wenn er auch schon wieder was hat. Ja, komm. Dann nehmen wir mal den Rest mit. Hier scheint nichts mehr rumzufliegen an Alu. Ne. Alles abgegrast hier. Alles abgegrast. Ja, macht ja nichts, ne? Jetzt habe ich schon, wie viele Raketen habe ich davon jetzt schon oben? Urantechnisch ist hier 7000. Da da ist Wärme. Hier dürfte nichts mehr laufen. So. Wie sieht es denn aus hier? Wärme bewegt sich kaum. Obwohl ich da schon 7000-fach habe. So, wann habe ich gesagt? Wann gibt es wieder was? Bei Sauerstoff? Da brauchen wir 7,5 ppm. Ich habe gerade mal die Hälfte, ne? Noch nicht mal. 1,5 ist die Hälfte von 7, aber nicht von 7,5. Oh, das dauert noch ein bisschen, ne? Ähm, Terraforming gibt es als nächstes was? Shit. Entschuldigt bitte, dass ich so müde bin. Ah, ich hatte heute einen anstrengenden Tag hinter mir. So, Teleporter. Bei 25 Giga, TI. Pfff, das ist noch weit weg. Ja. Ähm, schon wieder essen? Inventar voll. Ja. Ich brauche nochmal so eine neue Kiste. Mist, ey. Eigentlich wollte ich hier keine Kisten reinstellen, aber es nützt ja auch nichts. So, mach mal hier Eisen 2. Eine zweite Eisenkiste rein. Dann gehen wir hier das Eisen raus. So, Osmium. So, hier nochmal das letzte Eisen auch raus. Ich weiß ja gar nicht, wohin damit. Guck mal, Silizium, wie schön voll das jetzt wieder ist. Äh, Magnesium geht. Kobalt kommt wieder gut was. Alu geht. Könnte besser. Hier. Theo. Und Titan kommt. Oh, immer gehe ich den falschen Gang. Titan. So. Was machen wir denn als nächstes Mal? Hier, so ein, Entschuldigung. So ein Kernfusionsgenerator. Fünf Pulsarquatze. Ich kann noch keine selber bauen, ne? Das kommt nämlich erst noch. Das heißt, ich kann einfach mal hier gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Ah, warte mal. Aber dafür brauche ich ja auch einen Brennstab. Und den kann ich, glaube ich, noch gar nicht bauen, ne? Halt, halt, halt. Bevor ich jetzt hier irgendwas aufbaue, was kein Schwein braucht. Äh, hier. Was ist dieses Kernfusionsgerät? Hier wäre der. Also, Pulsarquatze und erst. Dann kann ich die Zelle bauen. Das heißt, kann ich mit dem doch noch gar nichts anfangen, oder? Ich weiß es nicht. Einfach mal bauen. Pulsarquatze. Ja, gut. Das brauchst du jetzt auch nicht dringend. Alltäglich hier. Bauen wir noch so ein Ding. Einen? Was habe ich gesagt? Vier Stück, ne? Vier Stück. Ich habe so einen noch nicht. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Ach, eins, zwei, drei, vier. 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 Und vier Titanen. Ach, Maus. Ich bin noch nie immer fest hier. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann ihn bauen. Ja, dann ab auf unsere Stromfarm hier. Erstmal gucken, wie das jetzt hier wirkt. Ach, das geht ja. Verhältnismäßig kleiner Teil. Wo brauche ich den denn jetzt dabei? Ich nehme aber erst mal hier so. So, siehst du? Und jetzt? Was sagt er? Ach, der liefert schon Energie. Cool. Der liefert bitte 1625 Kilowattstunden. Boah. Fettes Teil, ey. Genial. Wie viel Strom haben wir denn dann übrig? Äh. 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 Ja, da. Da muss ich auch noch mal umbauen hier, ne. Das ist irgendwie scheiße. Da. 1694,55 Kilowattstunden. Ja, mega nice. Wir brauchen vieles für Sauerstoff. Luftdruck läuft. Da brauche ich im Moment gar nichts machen. Sauerstoff müssen wir pushen und Biomasse könnte. Ja, gut. Biomasse ist im Moment egal, ne. Äh. Sauerstoff. Ja, da müssen wir alles machen, was wir haben können, ne. Hier erzeugt Biomasse. Hier ist so ein noch mal. Blumenstreuer T2. Zwei Dünger. Aha, da müssen wir erstmal Algen sammeln, ne. Algen. So, dann lassen wir einmal ordentlich Algen sammeln. Dann noch mal trinken. So. Da hinten ist auch noch eine. Genau. Hat er gut gesehen. Ja, ja. Ich trinke ja schon. Ist ja gut. Zack. Schalum. Das kriegen wir doch heute voll das Gerät hier, oder? Aha. Aha. Ja, schön viel Algen hier. Sehr gut. Hab ja auch gehört. Es soll gesund sein. Gut für die Haut und so. Nehmen wir natürlich mit. So, wo haben wir denn noch Algen? Da hinten müssten jetzt auch ein paar sein. Ich hatte ja den Zweier hier noch ausgeworfen. Oh, wie schön hier. Ja. Speisen wir uns doch hier mal ins hier Tümmel. Fangen wir mal hier an. Hier sind sogar Zweier. Also sollten wir hier doch echt genug finden, oder? Ach, guck mal hier. Guck dir das einer an, du. So, da können wir aber ordentlich Dünger machen. Ich weiß gar nicht, ob ich Algen für Dünger brauchte. Keine Ahnung. Inventar voll, ja. Genau das wollen wir doch erreichen. Noch wieder eine ordentliche Ladung. Algen. Algen. Ah, schön. Schön, schön, schön. Für zweimal Dünger. Viermal Dünger. Brauche ich für Dünger überhaupt Algen? Ja, bestimmt. Ah, geil hier, ne? Mit dem Kern-Ding hier. Das gefällt mir wirklich gut, ne? So klein im Verhältnis zu dem. Gibt aber ungefähr das Fünffache an Energy. Wohl sagt, was ist gut. So, sehr geil. Jetzt wollte ich mal eben gucken. Was braucht der für Dünger? Ah, doch Algen. Ja. Aber pack mal erstmal weg. Nimm drei mit. Zwei Auberginen und einen Schwefel. Nein, vier Auberginen. Und nimm doch erstmal die. Eine wieder weg. Und dann brauche ich nochmal eins, zwei, drei. Und Schwefel. Eins, zwei. Und dann können wir zweimal Dünger machen, ne? Ach, ich vergesse immer die Steuerungskasse zu drücken. So, wann braucht man denn noch dafür? Aha, viermal Dünger. Geist du. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, nimm erst die. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Gut. So, den haben wir. Dann nochmal vier super erleuchten. Da müsste passen. Eins, zwei, drei, vier. Alu-technisch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Gucken, ob einer der Extraktoren hier schon mal gefarmt hat. Einen braucht der gerade nur. Ja, guck, da ist er doch. Aber guck bei dem anderen auch nochmal vorbei. Warte, hast du das Ganze mitnehmen. Sehr schön. So, viermal super Aloe. Aloe. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Haben wir. Hammer, Hammer, Hammer. Genau, Blumensamenstreuer. Zwei Stück, also vier Wasser. Eins, zwei, drei, vier. Und Blumensamen. Da gab es doch diese 600er. Die habe ich aber nicht mehr. Doch, eine. Zwei. Alles klar. Blümchen. Blümchen. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Ich habe hier noch gar keine Blümchen. Hier ein bisschen Grasstreuer. So, dann lasst uns mal eben die zwei Blumensamenstreuer aufbauen, weil ich habe gerade gemerkt, es ist ja auch schon wieder Zeit, hier Ende zu machen. So, einmal. Und den zweiten, wo setzen wir den denn hin? Hier. Nee, hier haben wir was. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Wir setzen mal ein bisschen was hier in Richtung. Hier, in die Richtung. Zum Sternentor hin wollte ich ja auch noch ein bisschen grüner, bunter gestalten. Ähm, blüm, blüm, blüm. Ah, komm, wir setzen den hier hin. Hier ist auch so kahl. Ja. So. Schwupp. Und fertig. So. Ja, wunderbar. Ja, dann, äh, hoffe ich doch mal, dass euch die Runde heute gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.